Los, 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 oh, hör doch auf zu quatschen, der Timer läuft los, bitte, 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 schneller, 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 oh nein, okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und wer kennt das Problem nicht, der Timer läuft und plötzlich kommt irgendeine Cutscene mit Dialogen und wir denken uns nur, oh nein, der Timer, Mensch, ich hab doch gar nicht so viel Zeit, ähm, meistens hat der Spieler die Zeit, aber er glaubt sie nicht zu haben, das ist halt so ein psychischer Effekt bei manchen Spielern, zum Beispiel bei mir, ähm, und das setzt dann die Spieler zusätzlich unter Druck, vielleicht drücken sie den Text sogar einfach nur weg, lesen das nicht richtig, haben irgendwas verpasst in der Story oder irgendeinen Hinweis verpasst und das wäre doch vollkommen ärgerlich, dasselbe für Kämpfe und dazu ist das Plugin da. Ihr könnt das Plugin direkt in der Videobeschreibung runterladen und direkt reinkopieren, ihr bei Plugins dann aktivieren, ganz normal, wie ihr es gewohnt seid, ähm, aber ihr könnt natürlich auch erstmal das Video angucken, wir werden nachher auch das Plugin selbst zusammenfriemeln, damit ihr das dann auch ein bisschen versteht, wie das funktioniert, ähm, es ist gar nicht so kompliziert, glaubt mir. So, neues Spiel, was kann das Plugin? Ganz einfach, der Timer läuft automatisch los, ähm, läuft automatisch los, Entschuldigung, pausiert automatisch, wenn ich, ähm, ein Dialog habe, also bei Textboxen, pausiert der automatisch und geht danach ganz normal automatisch wieder weiter. Und dasselbe gilt auch für Kämpfe, wer kennt das nicht, plötzlich Timer läuft, Kämpfe kommen und man drückt sowieso die ganze Zeit nur auf Flucht, dann kann sich der Spielentwickler auch quasi die Kämpfe sparen, wenn der Spieler sowieso immer nur Flucht, Flucht, Flucht macht, weil er denkt, er hat gar nicht die Zeit. Und, entweder spart man sich da die Kämpfe oder man pausiert halt den Timer. In meinem Fall habe ich mir gedacht, hey, können wir auch den Timer mal pausieren, ist doch nicht das Thema, setzen wir den Spieler noch nicht zusätzlich unter Druck, das ist doch Quatsch. Okay, gut, dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem Plugin, ihr könnt es, wie gesagt, runterladen, lasst ein Like da, ähm, lasst ein Kommentar da, abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt, dann kommen nämlich auch weitere Plugins, wer hätte das gedacht, für euch. Drückt auf die Notification Ball, also auf die Benachrichtigungsglocke, dann verpasst ihr auch keine weiteren Tutorials und Plugins. Ähm, gut, wir werden uns das Plugin jetzt selbst zusammenfriemeln, dazu gehen wir Spiel, Spielordner öffnen, rechtsklick auf JS und mit Code öffnen, falls ihr nicht wisst, was mit Code öffnen gemeint ist oder noch nie von Visual Studio Code gehört habt, könnt ihr mal kurz in die Videobeschreibung oder rechts oben müsst jetzt so eine Infobox auftauchen, könnt ihr da mal reinschauen, da gibt es ein Video von mir dazu. Zu Visual Studio Code, wie man das Ganze installiert, einrichtet und verwendet. Wir setzen das jetzt einfach mal voraus, dass ihr das wisst an der Stelle. Gut, dann sieht das Ganze so aus, wir gehen in den Plugins Ordner hier rein, drücken hier oben auf Neue Datei und nennen das Ganze Timer Tutorial. Tutorial, wichtig, .js eingeben, weil sonst, wie ihr seht, steht hier immer JS und bei Tutorial jetzt nicht, könnt ihr aber auch jederzeit umbinden, falls ihr es vergessen habt, .js, damit ihr das dann auch als JavaScript Datei erkennt, als JS Datei, nur so rein informell. Gut, der Geschwindigkeit halber kopiere ich mir das jetzt komplett rüber und lösche mal den Inhalt raus, sodass wir quasi nur den Kopf und den Body in Anführungszeichen haben, die Function. Gut, soweit habe ich das auch schon im Tutorial gezeigt, wie gesagt, Link in der Videobeschreibung zu dem Tutorial, wie Visual Studio Code verwendet wird und wir quasi die ersten Schritte in der Welt des Plugins erleben. Könnt ihr mal reingucken, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Gut, nun wollen wir einen Timer pausieren, wie machen wir das Ganze? Das ist gar nicht mal so kompliziert und gleichzeitig muss man natürlich wissen, was muss man da überhaupt machen, wonach sucht man überhaupt? Wir gehen dazu wieder zurück in den RPG Maker tatsächlich, schauen uns die Eventbefehle an, oder Ereignisbefehle, Entschuldigung. Ich bin immer ein bisschen halb englisch, bin ich vom XP gewöhnt, den gab es halt nur auf englisch. Gut, Timer steuern heißt das Ganze. Timer steuern, ich weiß nicht, wie der Befehl jetzt auf englisch heißt, spielt aber für mich keine Rolle. Timer, weiß ich auf jeden Fall, ist auch definitiv das englische Wort dafür. Gut, jetzt muss ich also irgendwas mit Timer suchen. Dazu gehe ich jetzt erstmal hier auf die Lupe und suche erstmal nach den Eventbefehlen. Und da ich etwas weiß, was ihr vielleicht nicht wisst, gebe ich hier an der Stelle Game-Interpreter ein. Der interpretiert die ganzen Eventbefehle, hier bei Schrägstrich, Schrägstrich, Leerzeichen Game-Interpreter, da klicken wir drauf und sind beim Game-Interpreter gelandet, beim Game-Interpreter-Object. Dieses Object hat natürlich ganz viele Funktionen. Welche Funktion suchen wir? Wir suchen die Timer-Funktion, auf jeden Fall. Also klicken wir jetzt hier einfach rechts in das Feld, drücken, STRG-F für die Suche und geben dort Timer ein. Und schwupp, schon bin ich da. Das ging noch schnell. Schon bin ich bei dem Befehl Timer. Gut, hier kann ich jetzt die Variable Dollar Game-Timer finden. Hmm, Dollar Game-Timer. Hmm, klingt auf jeden Fall nach Timer. Oder hier, Dollar Game-Timer.isworking. Klingt gar nicht so verkehrt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Können wir mal gucken, was ist denn dieser Game-Timer. Gehen wir hier in die Suche. Game-Timer. Game-Timer gleich New Game-Timer. Hmm, sagt uns jetzt auch nicht so viel, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Suchen wir mal danach. Suchen wir mal nach dem Object. Das ist hier. Nach dem RMM-Set-Object. Und haben dann hier den Game-Timer. Okay, was kann der denn? Start, Stop, is working, seconds, on, expire. Klingt erstmal sehr gut. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wir sind auf der richtigen Spur und ich sag euch gleich, es ist auch die richtige Spur. Wir werden an dieser Stelle das Update blockieren, sodass der Game-Timer nicht weiter runter zählt und kopieren uns das einfach komplett raus. Diese Function, also Game-Timer.prototype.update gleich Function etc. pp. bis hier runter zu dieser Stelle. Kopieren wir uns das Ganze einfach raus. Also markieren, rechtsklick, kopieren oder STRG-C. Ganz normal, ich mache natürlich STRG-C. Wir gehen wieder zurück in unser Timer-Tutorials. Da kopieren wir uns das Ganze jetzt einfach nur hinein. Und jetzt haben wir hier If-Bedingung. Eine If-Bedingung, also eine Bedingung. Das hier muss alles quasi gegeben sein, damit der Timer runterläuft. Es muss eine aktive Szene existieren. Sys.working. Das heißt auf gut Deutsch, der Timer muss an sein. Macht Sinn. Und die Frames, also quasi die Uhr, darf noch nicht auf Null sein. Also muss größer als Null sein. Das sind die Bedingungen. Wir fügen da jetzt nochmal zwei Bedingungen hinzu. Einmal darf die Message-Box quasi, also die Text-Box, darf nicht Text beinhalten. Logisch. Und der Kampf darf nicht aktiv sein. Auch logisch. Das sind die zwei Bedingungen, die wir jetzt noch hinzufügen. Wir fangen einfach direkt mit dem Kampf an. Wir gehen also hinter die erste Klammer bei dem ersten If. und schreiben dort hinzu einen kleinen Befehl. Den werde ich euch jetzt hier nicht raussuchen, sondern kurz mal erläutern. Dazu geben wir ein Szene-Manager-Punkt, ähm, Unterstrich Szene. Das ist, ähm, das Szene-Manager-Objekt beinhaltet quasi die Szene. Entweder das Menü, die Map, den Titlescreen, ähm, den Kampf, etc. pp. Die ganzen, ähm, Szenen, die es gibt. Es gibt verschiedene Szenen im RPG-Maker und das enthält alle Szenen, die es gibt. Also dementsprechend auch die Map und den Battlescreen zum Beispiel. Also die kompletten Bildschirme. Die Szenen. Gut. Dann diese, ähm, wenn die, der Szene-Manager eine Instanz of, eine Instanz von, Instanz of, erkennt er auch sofort in dem Befehl. Wunderschön. Instanz of, ähm, Instanz of, 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 Sine-Map. Genau. Sine-Map. Also, der Szene-Manager-Punkt, Unterstrich Szene muss eine Instanz of Sine-Map sein. Also wir müssen uns auf der Map befinden und nicht im Kampf, nicht im Menü, nirgendwo anders. Nur auf der Map funktioniert das Ganze. Gut. Soweit sollte das klar sein. Oder wir können auch hier Szene-Vetal reinschreiben und dann am Ende, ähm, und dann hier am Anfang ein, ähm, Ausrufezeichen für Ungleich. Macht aber keinen Sinn in dem Fall. Ähm, wir schreiben dementsprechend Szene-Map rein. Dann zwei UND-Symbole. Ähm, damit wir noch Befehle heranhängen können, wurde hier auch immer gemacht. Ähm, und... Und dann schreiben wir rein. Jetzt brauchen wir etwas mit Game Message. Wir können ja mal bei den Objects reingucken. Ähm, und suchen hier mal nach Game Messages. Mal gucken, ob wir hier ein Game Message Objekt finden. Game Message mit E. Sorry. Ähm, ich hab's aber, ich hab's gemerkt, okay, dass ich mich da, äh, dass ich's mit A geschrieben hab. Aber ich, äh, ich bin nicht so gut in Englisch, okay. Es reicht, es reicht aber. Gut. Game Message Objekt. Hier haben wir's. Wunderbar. Hier haben wir das Game Message Objekt. Und hier brauchen wir irgendwas, damit ich rausfinden kann, ob da Ganze, äh, ob da irgendwie was angezeigt wird von der Game Message. Hier gibt's sehr, sehr viele Befehle. Aber welchen wir brauchen, ist Has Text. Hat Text. Ähm, das ist im Grunde der Befehl, den wir brauchen. Dann hier, äh, Text Länge über 0. Gut. Ganz easy peasy. Das Ganze funktioniert dann wieder über ein, ähm, über ein, äh, ähm, Variable. Über eine globale Variable. So wie eigentlich immer. Dollar, Game. Und dann, zum Beispiel, Timer. Hatten wir ja vorhin. In dem Fall, dann Message. Ich hoffe, ich hab das richtig geschrieben. Ich kopier's mir mal lieber. Aber, aber ich denke mal schon, dass ich das richtig geschrieben hab. Hop. Game Message. Werden wir gleich sehen. Punkt Has Text. Und dann, wichtig, Klammer auf, Klammer zu. Und dann, und, und. Gut. Ähm, und dann davor ein Ungleich. Also ein, also quasi ein Ausrufezeichen, um das zu negieren. So rum. Nicht ungleich, aber, ihr wisst schon, was ich meine. Damit ich das Ganze negiere. Weil, wenn es Text hat, soll's ja nicht funktionieren. Und, und dementsprechend, soll kein Text drin sein. Damit ich update. Gut. Das Ganze müsste jetzt eigentlich schon funktionieren. Wir gehen wieder zurück in Apogee Maker. Gehen hier rein. Ändern mal das zu... Timer Tutorial. Okay. Okay. Und dann müsste er schon pausieren. Das Ganze. Neues Spiel. Timer starten. Und der Timer läuft schon nicht weiter in den Dialogen. Das funktioniert schon mal. Also das mit Has Text funktioniert. Und in Kämpfen läuft auch nicht weiter. Ja. Sieht gut aus. Wunderbar. F12. Keine Fehlermeldungen. Wunderbar. Funktioniert alles. Sehr, sehr, sehr schön. Das funktioniert schon mal das Stück. Jetzt können wir noch den Text einfärben. Oder transparent machen. Etc. Das ist auch gar nicht so schwer. Dazu brauchen wir ein Sprite. Statt Game-Timer suchen wir hier mal nach Sprite-Timer. Die Sprites heißen immer Sprite-Timer. Sprich, also wenn ihr irgendwo irgendwelche Bilder oder Schrift angezeigt habt, sind das irgendwelche Sprites. In dem Fall der Sprite vom Timer. Da drücken wir drauf. Dann haben wir hier rmmz-Sprites. Und da suchen wir nach Update Bitmap. Hier haben wir Update. Hier haben wir Update Bitmap. Und hier haben wir Update Bitmap. Wunderbar. Das kopieren wir uns einfach direkt raus. Zurück. Und kopieren das hier einfach drunter. Sorry. Und nun brauchen wir natürlich eine neue Bedingung. Ob wir quasi wieder eine Instance of Map haben. Und ob wir Text in einer Textbox haben. Das kopieren wir uns einfach mal so exakt so rein. Zack. Wir machen die Klammer am Ende zu. Machen wir jetzt eine geschweifte Klammer. Die wird dann auch automatisch gleich geschlossen. Drücken Enter. Und haben jetzt hier if sceneManager. Und hat kein Text. So. Wir wollen aber genau das Gegenteil diesmal. Wir wollen, dass es Text hat. Und wir wollen, dass es keine Scenemap ist, weil wir wollen ja jetzt quasi das tun, wenn der Timer nicht drunter läuft und da wollen wir natürlich dann den Text einfach einfärben. Und das Ganze machen wir dann einfach über sys.bitmap und dann .textColor, glaube ich. Ich glaube ja, ich glaube TextColor war das. TextColor und dann einfach gleich und dann könnt ihr hier die TextColor eingeben, zum Beispiel, also das Ganze in Anführungszeichen schreiben, zum Beispiel Raute, wichtig, oder wie die Kids sagen, Hashtag und dann einfach den Farbcode eingeben. Und den könnt ihr dann zum Beispiel in Photoshop finden oder sicherlich auch in Gimp. Dauert kurz eine Sekunde. Ist aber nicht so kompliziert, das Ganze mit den Farbcodes. Dauert kurz eine Sekunde. Wenn nicht, mache ich kurz hier weiter an der Stelle. Ich gebe ein ab, 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 ab. Und das weiß ich. Datei neu. So. Und dann haben wir hier unten, haben wir hier die Farbcodes. Ab, ab, ab ist ein Grauton. Aber es gibt ja auch sehr viele verschiedene Grautöne, wie ihr seht. Dann ändert sich hier unten nochmal der Code. Den kopiert ihr einfach raus. Oder ihr nehmt halt eine völlig andere Farbe. So. Ihr habt ja alle möglichen Möglichkeiten. So. Ab, 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 ab. Und dann will ich noch die Deckkraft etwas verändern. Sys.Bitmap.Paint.Opacity. Opacity. Ich hoffe, das stimmt so. Ich hoffe einfach mal. Wenn ich mich vertippt habe, werden wir das gleich sehen. Da ist 255 das Maximum. Und wir gehen einfach mal runter auf 200. Ihr könnt natürlich auch eine andere Zahl eingeben. Keine Ahnung. Ähm, 120. 120. So. Jetzt. Aber ich mache jetzt 200. Ihr könnt da eingeben, was ihr wollt. Gut. Dann haben wir das auch geklärt. Dann Sys.Redraw. Damit er neu gezeichnet wird. Das Ganze ist dann hier unten auch zu sehen. Gut. Jetzt wollen wir, dass das hier nicht ausgeführt wird, wenn das hier ausgeführt wird. Okay. Da geben wir ein else. If. Und schon wird das Ganze nicht gleichzeitig ausgeführt, sondern erstmal wird kontrolliert, ob das hier gegeben ist. Und wenn das gegeben ist, dann passiert das. Und das hier passiert nur, wenn das hier nicht gegeben ist. Und wenn das hier, wenn die Bedingung hier gegeben ist. Okay. Hier machen wir das Gleiche. Wir kopieren einfach alles raus. Wartet. Ich mache das mal direkt unter dem Redraw. Über dem Redraw wieder. So. Aber wir setzen es einfach wieder zurück. Auf Farbe FF. 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 Und auf Deckkraft 255. Speichern. Sollte jetzt eigentlich so funktionieren. Ich hoffe, dass es klappt. Wir gucken mal. Neues Spiel. Und. Es klappt nichts. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Irgendwo habe ich einen Fehler gemacht. Passiert. Ist nicht schlimm. Wir gucken mal in das andere rein. Da haben wir es. Habe ich eine Fehlermeldung erhalten vielleicht? Habe ich irgendwo einen Fehler gemacht? Hm. Nein. Sieht nicht so aus. Wiu. 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 Funktioniert das mit Kämpfen? Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Irgendwo finde ich gleich den Fehler. Dauert kurz eine Sekunde. Gebt mir kurz eine Sekunde. Äh. Wartet. Ah. Okay. 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 I see. I see. I see. I see. I'm stupid. I'm stupid. Okay. I see. Das hier. Das und. Muss natürlich zu einem oder. Ähm. Alt gr gedrückt halten. Und dann. Größer als. Kleiner als. Und da ist dann auch noch so ein kleiner Strich. Der nach oben zeigt. Und davon zwei Stück. Muss natürlich oder und nicht und sein. Habe es gefunden. Fehler passieren. Ist nicht schlimm. Dazu. Ist es da. Und so seht ihr auch. Was man alles falsch machen kann. Was man beachten kann. Auch nicht schlecht. Gut. Ich nehme es mit Humor. So. Man muss auch mal ein bisschen über sich selbst lachen. Gut. Oder natürlich. Es soll natürlich nicht gleichzeitig passieren. Weil es macht keinen Sinn. Ähm. Es soll nicht gleichzeitig. Außerhalb der Scene im Map sein. Und eine Textbox angezeigt werden. Macht keinen Sinn. Widerspricht sich ja fast. Natürlich kann man auch in. Kämpfen. Textboxen einfügen. Macht aber. In dem Fall. Keinen Sinn. Also. Oder. Und nicht und. Also das hier. Die beiden. Striche nach oben. Bedeuten dann. Oder. Gut. Wir starten das Ganze. Jetzt müsste es funktionieren. Kleine Fehler. Können schon. Sehr verwirrend sein. Und jetzt funktioniert das Ganze auch. Wunderbar. Und in Kämpfen auch. Okay. Funktioniert alles. Sehr gut. Gut. Ihr könnt natürlich auch. Ähm. Die Farbe auch ändern. Zum Beispiel könnt ihr machen. Dass wenn der Timer läuft. Dass er dann rot ist. FF. 0000. Müsste eigentlich rot sein. Eigentlich schon. Würde ich jetzt nicht verstehen. Warum das nicht rot sein sollte. Dann läuft der Timer in rot. Und wenn er pausiert ist. Ist der. Grau. Und. Dann wieder rot. Falls ihr einen roten Timer einfach schöner findet. Ähm. Wirkt vielleicht ein bisschen beeindruckender. So. Aber ihr könnt es auch einfach weiß lassen. Gut. Das war es soweit von mir. Ich hoffe ihr habt das Video verstanden. Und etwas genossen. Auch wenn ich einen kleinen Schussefehler drin hatte. Egal. Egal. Ich konnte ihn schnell finden. Ich konnte ja zum Glück mit dem normalen. Ähm. Vergleichen. Also mit dem schon fertigen Plugin. Dadurch war das jetzt nicht so schlimm. Gut. Das war es dann komplett von mir. Ich hoffe ihr habt verstanden. Wie man sich so ein Plugin schreibt. Ihr könnt dann wie gesagt hier die Deckkraft verändern. Oder die Farbe ändern. Oder allgemein. Vielleicht kleine Änderungen machen. Vielleicht findet ihr noch ein paar Ideen. Ihr könnt zum Beispiel auch sagen. Okay. In den Dialogen möchte ich keine. Ähm. Keine. 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 Äh. Kein Timer. Aber ich möchte in Kämpfen zum Beispiel. Dass der Timer weiterläuft. Dann könnt ihr das hier mit den. Ähm. CineMap rauslöschen. Könnt ihr das auch mit dem CineMap rauslöschen. Zack. Dann nur. Ähm. GameMessage hasText. Und dann funktioniert das Ganze. Im Kampf einfach normal weiter. Also wenn ich jetzt hier den Timer habe. Dann stoppt der zwar in den Dialogen. Aber läuft im Kampf noch weiter. Zack. Jetzt ist hier die Textbox offen. Äh. Kobold ist aufgetaucht. Da ist der jetzt pausiert. Aber. Jetzt läuft er im Kampf normal weiter. Also wenn hier dann Textboxen innerhalb der Kämpfe wären. Würde trotzdem der Timer pausieren. Könntet ihr auch noch Dialoge in den Kämpfen machen. Aber. Während des normalen Kampfes würde der Timer weiterlaufen. Falls ihr das wollt. Gut. Der hat keine Specials. Hm. Egal. So. Ähm. Nur. Soweit zur Modifikation. Also ihr habt da wirklich grenzenlose Möglichkeiten. Ihr könnt da machen was ihr wollt. Im Grunde. Und. Das ist doch das Schöne. Wenn man das Plugin am Ende selbst geschrieben hat. Und machen kann was man will. Bei Autor würde ich cool finden. Wenn ihr Don Gang drin lasst. Aber einfach euren eigenen Namen dahinter schreibt. Zum Beispiel Fischkopf. Okay. Ähm. Don Gang fände ich cool. Wenn ihr es drin lasst. Müsst ihr nicht. Aber. Fände ich cool. Fände ich echt cool. Bei Internetadresse eure eigene. Und. Ja. Ihr müsst mich nicht in den Credits nennen. Nicht für das billige Ding hier. Okay. Tschüss Ali. Danke fürs Zusehen.